hey you guys willkommen zurück zu legacy of kind bloodhomen ich werde erst mal jetzt von den dingern auf magie wechseln die fühlt sich ja gott sei dank wieder auf du blödes nasenbär schwein alter was ja natürlich und ich muss die platt machen oder was okay das war gott sei dank okay nice noch mal hier was geil drei leichen zum aus leichen dreimal fressorgie starten hier okay und dann sind wir hier in dem fall machen wir wieder den hier ich habe keine ahnung wo wir rauskommen ich möchte jetzt hier nicht auf einmal in den kleinen überraschungsangriff rein und da ist das glaube ich ganz gut wenn wir jetzt in verkleidung umgeistern dafür haben wir den schabernack gerne schabernack packt voll den sack guck mal da ist ja schon direkt einer hab's ja gerochen so was kriege ich hier drin ich weiß es nicht okay soll mir das sagen ja lade ich habe keine ahnung wo wir hier gerade sind ich mach mal folgendes ich mach mal eben den hier die nächste seite horosj verbunden das da 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 äh okay ich muss hier an ja warte mal kommt dann gehen wir jetzt rein scheiß drauf irgendwas muss ich ja machen hier Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich jetzt hier gerade bin, wie ich gerade bin. I have no fucking idea. Ja, okay, ich glaube, das können wir getrost vergessen. Gott damn it. Mein Angesangsverein. Okay, das war es nicht. Kann ich hier? Nein, kann ich nicht, okay. Aber ich kann hier rein, okay. Hm, wieder ein paar Peitschen, nehme ich. So, wo kommen wir jetzt? Nein. Ah, okay, ich kann jetzt hier lang. Heart of Darkness. Geil. Ich werde gerade ein wenig vom Spiel verwöhnt. Aber ich glaube, das muss so sein. Ah, okay, ich glaube, wir können hier rein. Ach ja, hab du Schweinenase. Okay. Okay. Okay, ist offen. Danke. Okay. Ah, wieder jede Menge davon. Boah, geil. Oh, nice. Spiel. Wie bist du denn drauf? Man könnte ja glatt glauben, du willst mir verwöhnen und so. So, dann können wir hier lang. I don't know. Okay, dann kommen wir hier raus. Äh, ich will nochmal eben kurz gucken oben. Vielleicht ist jetzt oben die letzte Tür offen, ne? Würde ich ganz gerne doch schon mitnehmen. Jetzt sind natürlich hier die bekloppten Gespenster wieder am Start. Bitte? Ah, okay, aber da ist nichts mehr drin, ne? Ja, ja, okay. Siehst du, da ist jetzt nämlich nach oben die Tür offen. Wo geht's denn da hin? Ich weiß gar nicht, ob wir das wirklich schon wissen. Aber vielleicht jede Menge geiler Stuff oder so, ne? Kriege ich geilen Stuff? Bitte sag ja. Das wäre echt geil. Oh, was ist das? Kriegen wir eine neue Waffe? Auf jeden Fall kriegen wir Blut. Was ich schon mal ganz cool finde. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier... Was zur Hölle? Wo bin ich hier? Okay. Was ist das? Mit diesem Zauber kann ich die Vorurteile der Menschen ausnutzen. Groll wird zu unbändigem Hass. Ach, und dieses wundervolle Entfernten. Wenn sie wieder zu sich kommen und ihre Hände vom Blut des Nachbarn befleckt sehen. Oh, okay. Oh, warte, warte, warte. Was ist zur Hölle? Okay. Das ist, damit er uns nicht wieder aufwacht, ne? Okay. Hi, Guys. Du blöde. Puh. Okay, ey. Ohne Scheiß. Ich brauche einen Speicherpunkt. Wir haben lange nicht mehr so gut da gestanden. Hm. Das funktioniert irgendwie nicht. Hilfe, Guys. Ach, Scheiße. Egal. Das war jetzt aber irgendwie komisch von Kain. Ist egal. Nicht drüber diskutieren. Uns geht es gerade sehr, sehr gut. Hi. 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 Danke. Kriege ich... Was kriege ich hier aus? Oh, danke. Aber ich bin voll, okay. Du Schwein. Okay. Hey, Victor! Okay. Boah, Alter. Wir werden gerade so ein bisschen bombardiert mit Sachen, ne? Nicht, dass ich jetzt dagegen was hätte oder so, ne? So, die Schalter, das ist ja... Aber das jetzt ist ja immer... dass man die Schalter immer irgendwie aktivieren muss, ne? So, okay. Puh. Die einzelnen Gegner, die sind ja nicht so wirklich das Problem, ne? Vor allem die menschlichen. Das geht eigentlich, ne? Muss man sagen. Auch zu zweit sind die noch nicht wirklich eine Bedrohung für mich. Halt, weil die Kai so ist, wie sie ist, ne? Aber... Na komm, mach kaputt. Okay, das Blut können wir nicht mehr gebrauchen. Wir sind voll, Gott sei Dank. Aber ich bin gerade erstaunt, was jetzt hier gerade bei der Magie abgeht, weißt du? Ist schon krank, so ein bisschen. Hilfe, da. Pam, Junge, in dein Gesicht Du blöd, jetzt bleib doch hier, du Nasenwehr So, hier können wir, glaube ich, mit Wehrwolf rüber huschen Okay, fuck Was ist zur Hölle? Okay Äh, Leute Äh, Geist Warum, äh, achso Höchstwahrscheinlich haben wir uns das jetzt, den ganzen Dungeon ein bisschen leichter gemacht Weil wir mit der Knochen gestern da durch sind Ist natürlich sehr geil Da freue ich mir so ein bisschen Nimm mit den Scheiß Boah, Alter, unsere Lebensleiste, ne Da bin ich gerade so ein bisschen dankbar, dass die mittlerweile so groß ist Das ist ja schon, äh, doch eine Hausnummer, ne Wie hoch das Leben schon ist Wir haben ungefähr die Hälfte des, des Balkens komplett, ne Äh Wie kaputt, danke Ach, die Ruhen I love it Okay, das war das Können wir die noch irgendwie kaputt machen? Ne, ne Sieht nicht so aus Ne Okay Ah, da geht's weiter Okay, nice So, und dann sind wir hier Wo immer hier ist Ein Teleporter Ah, wahrscheinlich ein Back-Teleporter Nehme ich mal Oh, nice Leute Ich bin gerade mega glücklich Uh, wie nice Das ist ja, äh, cool Kann ruhig öfter passieren Bitte, danke schön Äh, override Alter Verwalter Alter Verwalter So, ah, okay Dann sind wir hier Ihr könnt mich an die Füße fassen Ich glaube mit dem müssen wir uns gerade uns auch nicht rumärgern Weil es sind jetzt ja Tote, ne Und die niederen Untoten, äh, die haben halt kein Beef mit uns Wenn wir das hier machen Hoppla Puh Okay, nice So, was haben wir hier? Hier haben wir nichts Okay Das sieht für mich wieder so aus wie, äh, ne I can know what I mean Und es ist nach, perfekt So, gucken wir mal, ob wir das Leuchtfeuerchen noch kriegen Okay, dann kommen wir hier raus Und hier können wir jetzt gehen Norden Ich kann natürlich auch nochmal eben kurz hier rein Was gibt's hier denn noch zu gucken? Aha Ein Goblin Ich geh mal runter Ich, einfach nur mal gucken, ne Das war eine sehr gute Idee, hier runter zu kommen Damit wird der Körper von gefährlichem Gift gereinigt Ziemlich nützlich bei all dem Dreck, von dem ich umgeben bin Haben die die unten gemacht, ne Reinste Sekte hier unten So, ich will jetzt mal gucken, was wir haben Okay, die Dinger mal vier 17 Herzen der Dunkelheit Alter Verwalter Und, warte, ich muss glaube ich mal eben bei Objekte reingucken Weil wir haben jetzt mehr Sachen drin, als wir brauchen Ich geh mal hier rein Herz der Dunkelheit Die haben wir Implosion Eiterblase Die packen wir da hin Was ist das? Nubraptors Kopf Ja, okay, das ist, ne Schwarze Magie Schwarze Magie Okay Schwarze Magie Ach, okay, ne, 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 ne Rückgängig Wie kann ich das abbrechen? So, okay Okay, raus hier Jetzt müsste ich nämlich eigentlich im Schnellmenü so ein paar andere Sachen haben Yes Okay, nice So, wir wechseln trotzdem wieder auf, äh Auf unseren, ne Wundersch, hübschen Fregel hier Ja, okay War eine gute Idee, hier reinzukommen Nice So, Wachen habe ich draußen nicht gesehen Das heißt, wir können, äh Ohne Verkleidung raus Würde ich jetzt so mal in den Raum schmeißen So dezent So, und hier müssten wir zu nem Fledermausleuchtfeuer kommen Wenn ich das richtig, äh, gedeutet habe Wo geht's hin? Äh, Thermogrid Forest Und Chorhagen Okay, da müssen wir wohl Wölfischen werden Malek's Festung Hoch oben auf dem Berggipfel Pech schwarz wie die Nacht auf der Schneedecke Boah Wie muss ein Mann geachtet sein Der sich in ein so kerkliches, lebloses Gebiet zurückzieht Mhm Okay Und damit ist das aktiv So, drei Minuten haben wir noch Äh, ja Ja, ich glaube, wir müssen jetzt sogar Via Fledermaus müssen wir da glaube ich hin, ne Kann das sein? Vor allem, ich muss jetzt erstmal durchpeilen, wo hier welches Fledermausleuchtfeuer ist, ne Die Säulen von Notscott Ah, okay Dass immer was rot ist Nubraptors Citadella Ja, und wir könnten die Säulen halt anfliegen, ne Wo wir ja dann um die Ecke speichern können Ne, äh, ist richtig Wir müssen jetzt quasi zum Malek's Bastion Müssen wir quasi Hinfliegen Okay, cool Oh, warte Und das ist Ah, warte I understand Okay, das Da musst du natürlich erstmal drauf kommen Wenn du auf dem Steuerkreuz links-rechts drückst Kannst du durch die Festungen und so weiter Kannst du durchschalten Also die wichtigen Orte Und mit rauf-runter schaltest du durch die Fledermausleuchtfeuer Ja, ey, das muss einem aber auch erst einmal einer verraten, ne Schon ein bisschen krank, ne Aber okay Gut, dann wissen wir das jetzt auch Ich mache Exit Und werde jetzt erstmal gucken Dass ich die ersten drei Folgen ans Rändern kriege Oder die erste Folge Und danach nehme ich auch ein bisschen weiter auf Und da bin ich wieder hier Famos Ähm, ja Ein bisschen eher, ne Aber wir machen ja auch hier und da ein bisschen Immer lerne Deswegen sage ich jetzt an dieser Stelle zu euch Äh, see you guys Und schaltet wieder ein Wenn es weiter geht Mit Legacy of Kain Blood Omen Hey you guys Hat es euch gefallen? Gut, nun gibt es ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst Regel 1 Das Video wird nicht geteilt Regel 2 Das Video wird nicht geteilt Regel 3 Lass ein Däumchen da Regel 4 Wenn du dich mitteilen willst, kommentiere Regel 5 Wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren Denn wir sind das, was nötig ist Wir sind das, was du brauchst Wir sind Core Gamer Production Das Video wird nicht geteilt, was du brauchst